hallo leute nur ein neues video oder der neue teil oder ich glaube fast der letzte teil hoffe ich zumindest wenn wir heute beginnen ford focus st andre euch die vorstellen schon hier der sascha ist auch auf dem weg hast du katapilla sondern natürlich das ist doch schon so ein markenzeichen von dir nur die so mittlerweile seht ihr ist unsere stoßstange dran es ist alles fertig verbaut der pill hat heute morgen noch ganz fix die ungebaute benzinpumpe eingebaut also die penziltumpe die hat mehr leistung mehr förderleistung was uns jetzt noch fehlt ist dass der sascha mit der abgasanlage kommt richtig genau und dann geht es euch direkt am prüfstand erst mal montieren ja ja gleich schnell drin nein nein oder wie ich gespannt also haben wir gleich noch ein bisschen was zum film was strebst du an leistung an 320 ps wird nicht funktionieren also wird funktionieren aber da wäre ich sehr unzufrieden ich habe schon glaube ich gesagt ich hatte die tage ein auf dem prüfstand 375 370 ps 540 newtonmeter und 376 ps also wenn unser fokus das nachher auch drückt bin ich mehr als zufrieden er hatte ungefähr fast das gleiche kit verbaut nur ich wir haben etwas größeren turbo glaube ich ansonsten lade kühler alles die gleiche sache war aber ein originaler rs was ich ob da irgendwie unterschiede gibt riesen unterschied kannst du nicht vergleichen aber eigentlich müssten wir ja 2,5 liter fünf zylinder auf jeden fall eigentlich auch dahin kommen müssen definitiv ja ich bin gespannt wie ich glaube wir waren nicht lange ich habe auch schon ein paar updates noch gemacht ihr habt ihr auch noch nicht gesehen die hat der ralf schon gemacht hier die die wagen waren vorher zu jetzt haben wir sie schon mal aufgemacht dass der lade kühler besser angeströmt wird weil ich glaube der rs hat eine offenere front und so wird wird der lade kühler besser angeströmt in dem falle haben wir das maximalste was der anstrengung wir werden hier noch löcher rein machen dass dahinter auch noch hinter dem kennzeichen luft kommt so dass der andere nicht sagen kann ansatzluft ist zu heiß mittlerweile ist der sascha auch da sascha kennt ihr erkennt man immer sofort am shirt der sascha hat die auspuffanlage mitgebracht michael ich kann dir sagen die auspuffanlage wir gehen mal zu dem röhrchen findest du das schon dick ich weiß klein ist das nicht das ist 90 mm 89 das war unter meinem audi coupé drunter also das auto hatte an die 1000 ps da sehen wir gerade die serie also machen zwar sichtbarer hier kann ich drum fassen der focus sieht jetzt von unten besser aus wie von oben hier haben wir den endschalldämpfer auch wunderschön gearbeitet sieht gut aus ich weiß gar nicht von wie ich sie von euch ja wir arbeiten dort mit dem zulieferer zusammen und die schweißen die von uns das ist die firma grail und die art liefert perfekte arbeit ab also qualitativ auf aller höchsten niveau ich bin gespannt wie lange wir für mich auch sehr leise ich bin sehr spannend ich sagte sie jetzt sehr laut aus was jetzt absolut eine geschmackssache ist mir was sind das in drohe richtig findest du die gut ja ich kann die cool kommen wir gucken mal am auto die kommen nach haben das zu zeigen hier noch drauf gesteckt unser auto der früher auch doppelrohr jetzt gehen wir mal hin zu den endrohr also zu unseren ausschnitten von der schürze das sieht also auf jeden fall für den ausschnitt sehr gut aus krass hätte ich nicht gedacht ich dachte sie sehen so riesig aus so der fälle baut gerade den sport card als nein es ist kein einzeller das ist 100 oder 22 mit zulassung ihr wisst ja das auto wird nachher auch dieser umbau getüfte sich richtig darauf freue ich mich am meisten weil ihr fragt ja auch immer wegen tüft die ganzen anderen sachen habt ihr ja gesehen block mod und sowas das muss natürlich nicht eingetragen werden weil das einfach nur eine versteifung oder eine stabilität des motors ist aber der ganze rest der technisch umgebaut wurde die ansaugung ist ein original vorteil und der rest der gemacht wird wird natürlich dann wahrscheinlich dementsprechend mit eingetragen und la luft kühler weiß ich geht auch also sprich da sollte es dann keine probleme geben was die jungs jetzt so machen ist die aus verlage darunter wie geht es dann weiter verkabel noch dann würde ich sagen fangen wir mal an und gucken aber auch anspringt und läuft hier ist dann noch ein bisschen kabel ventile die steuerung für die ausfall lage wir sind ja hier mit dem boot und eine auspuffanlage die leistung kann und gleichzeitig tüffert ist glaube ich ein ganz schmaler grad aber mir wurde erklärt die hat ihre nennt bei nennt drehzahl hat ihre lautstärke alles funktioniert aber haargenau wie das funktioniert werde ich gleich hören auf die lauf ist bin ich gespannt ich habe jetzt öfter mal meine meinung 6 der leistung so ein bisschen revidiert ich habe glaube ich gehört beim ersten mal um die 400 ps muss er machen ist dann also beim letzten video etwa 375 wäre ich zufrieden und ich sage schon die jungs haben 400 müssen seit hohes ziel sehr hohes ziel so auspuffanlage ist montiert und das auto jetzt sagt ihr weiß aber leise ich finde sehr sehr derzeit ist glaube ich ein ticken lauter wie serie wir müssen noch die ganze schaltung hier einbauen das ist die ganze steuerung für diese klappe so ist es leise und gas ich bin sehr sehr krass ihr habt aber auch eine schubabschaltung die jungs sind nämlich dabei schon im laptop zugange der eine programmiert und der andere guckt schon alles so ist es aber nicht tüv konform nein wir brauchen die steuerung logischerweise dazu ja im moment machen wir das ganze ja manuell über eine unterdruckpumpe und so möchtest du ja auch nicht im straßenverkehr so willst du auch nicht weit kommen nein ich glaube nicht erinnert mich ein bisschen an dem rs3 also auch so sound und holen nächstes schritt ist jetzt haben wir auf den frühstand wir fahren auf den frühstand jetzt ohne ein bisschen einrollen ein bisschen wertevergleichen wir springen jetzt erst mal rüber zum frühstand so was die jungs jetzt machen ist mal ganz wichtig zu erzählen ihr passt jetzt erstmal bei teillast und sowas oder bei volllasten immer fahrt immer langsam rein und überprüft immer wieder den lander wert immer wieder den lander wert überprüfen weil wir haben von 300 was düsen auf 550 kubik also die düsen aber von 380er düsen auf 550er düsen umgepasst und muss das ganze kennfeld jetzt neu geschrieben werden weil der lager jetzt natürlich auch ganz anders anspricht wie der serienlager weil la luft riesig groß downpipe auswahl wie man klar und deutlich hört ist frei das bedeutet da behindert nichts das kann sein dass der lager jetzt früher anspricht und somit müssen jetzt alle kennfelder die man ich hier nicht erkenne über der andere angepasst werden der wird gleich den ganze weile rollen beschleunigen weg besteuern gas geben et cetera alles recht unspektakulär und wenn wir das erste mal sagen hey barco ich glaube ich bin bereit dann machen wir mal eine messung und da holen wir euch natürlich zu und falls hier was spannendes passieren sollte gibt es schöne dino fels wenn die haube weg platzt weil hier nachher fünf zylinder liegen oder hinten der ausruf abbrennt weil die heckschwürze nur noch feuer wirft mache ich jetzt die kamera mal irgendwo hier hin und dann mal schauen vielleicht sieht man ja was so jetzt geht das ganze hier mal los und wir machen erstmal nur reine einstellung aber falls was passiert haben wir es ja jetzt drauf so der andere und der sascha haben das jetzt zusammen abgeschrieben wir machen jetzt die erste messung mein gefühl sagt mir vom höheren wenn überhaupt knapp 300 ps oder vielleicht knapp drüber das ist die erste messung ich weiß von nichts also wenn ihr jetzt gleich dabei seid habt ihr die volle überraschung so wie ich sie auch habe ich hoffe es steht eine 3 vorne aber mein gefühl sagt mir nein ich muss mich korrigieren es sind 337 ps und 523 newtonmeter aber wir haben einen einbruch wenn man diesen einbruch glatt kriegt sind wir bei 340 ps und 523 newtonmeter also mein popometer hat mich ein bisschen getäuscht ich hätte nicht gedacht dass wir da hinkommen wir könnten uns jetzt mal das diagramm vom lauf davor unseren stärksten lauf den wir haben also ohne die ganzen updates das blocken bringt ja keine leistung wir steigen bei exakt wieder der gleichen drehzahl ein das ist geil über die monate die jetzt vergangen sind steigen wir bei gleicher messung ein waren vorher bei 384 newtonmeter und 244 ps also der der unterschied ist wirklich krass aber wir sind natürlich noch weit weg von der 400 meinst du das ist realisierbar warum nicht woran denkst du scheiterts weiß ich noch nicht eventuell die locken wollen die auslasswelle die steht von der gradzahl die uns angezeigt wird zu spät ich persönlich denke das würde ich gerne mal machen das ist gar nicht so der der aufwand dass wir mal den ladedruck mit loggen ich denke es liegt an zu wenig boost aber ich finde für die erste messung das ist die erste messung nach dem ganzen abstimmen man kann jetzt so ein bisschen fein abstimmen dass man den buckele weg ich mache jetzt erstmal den alten test weg ist das schon mal auf jeden fall brauchbar 340 ps sind schon mal gut aber ich habe gerade um zufriedenheit also 375 habe ich da bin ich mit einem verstanden wir probieren jetzt mal was ich baue das hier mal zusammen dass wir den ladedruck verlauf haben das schließe ich mal mit an und dann machen wir noch mal eine messung und du kannst ja derzeit vielleicht guckst du mal wo es hapert was er irgendwo bei um die 6000 drehungen für ein löfscanner hat hört man was die jungs sind immer noch abstimmen das geht jetzt schon über ein paar stunden gab es echt mehrere komplikationen mehrere fehler aber ich sage euch diese die autos sind von der programmierung die sind von der programmierung her echt äußerst schwierig die stimmen halt nur ab da sind keine messungen die da gemacht werden sondern es ist 30% bis jetzt sind wir noch nicht über diese 340 prs ich will nämlich doch noch mal sofort der micha ist ja weg ich zeige euch jetzt mal was der andere gerade macht wir haben wir hier wuppertal und der passt gerade das das spritkennfeld an richtig wir sind also guter dinge erst einmal problem mit luftmassenmesser der kommt niemand an seine regelgrenze ich glaube die sind also ich glaube die sind 5 volt und alles darüber haut er nicht in den notlauf danach hat das problem dass er zu fett lief also man sieht schon das endrohr das ist ordentlich fett und hier ist ja unsere klappe geschlossen da ist es noch schön sauber der andere bügelt das jetzt noch ein bisschen sauber und dann geht es gleich in die finalen messungen noch mal um zu schauen ob wir vielleicht noch 2-3 ps finden sagt er ziel wäre es vor dem dunkel werden weil die nachbarn werden es ja auch nicht so gut finden obwohl die hier schon echt hart im leben sind durch unsere durchstandsläufe aber ziel wären halt geil so 370 ps wären schon toll es wird draußen langsam dämmerung björn kam auch gerade schon nicht mehr so lange machen ne freunde aber gesagt ja wir sind zugange aber es ist eine programmierung sache und wenn ihr euch das Diagramm jetzt mal anschaut hier sieht man ganz gut wir sind bei 350 ps fast und 55 Newtonmeter aber hier ist aber in den Bereichen einfach zu fett hier haben wir den laddruckverlauf haben wir jetzt mal mit gelockt um raus kriegen wir keinen laddruck programmiert und untenrum wo er natürlich bei 4000 hatte das höchste drehmoment da sind wir bei 55 Newtonmeter und bei 1,8 ball laddruck ich sag mal so im gegensatz zu früher ist das schon sehr sehr amtlich aber wie gesagt es wird langsam spät ich hoffe wir machen und nicht mehr so lange ansonsten müssen wir bald weitermachen aber er läuft ja schon mal erst mal das ist ja schon mal nicht schlecht geile geschichte mittlerweile haben wir 8 Uhr und wir haben einen Joker hier und zwar den Erdal viele kennen den Erdal ich weiß gar nicht ob ich ihn einfangen kann ne sieht man leider nicht der Höftel André jetzt gerade so ein bisschen bei der Programmierung und ich bin mal gespannt bis jetzt machen ihr seht das Tor ist zu dass wir nach außen nicht so Geräusch wollen sonst ich kann euch jetzt einfach mal laufen mal gucken was passiert so ich nehme euch jetzt mal mit was der André macht ich zeige euch das jetzt mal wir haben den Seriendatenstand drauf gemacht ich zeige euch jetzt mal das Leistungsdiagramm hier ist der Ladeumverlauf da seht ihr wie er einmal einfällt da bricht auch das Drehmoment einmal ein aber oben raus haben wir 267 PS ohne Löcher mittlerweile ist der Erdal hier das war immer der Programmierer der früher die S2 programmiert hat und 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 ich bin echt stolz dass er heute Abend hier hergekommen ist und uns das hier noch machen mittlerweile haben wir halb neun es ist also schon sehr sehr spät wir wollen mal schauen ob wir heute noch hier was hinbekommen so ich nehme euch jetzt noch mal mit und zeige euch was wir jetzt gemacht haben dass ihr das nochmal seht wir fangen quasi das Programm von unten auf neu aufzubauen dann haben wir ab der 5500 Umdrehung ich weiß nicht ob man sieht mit Laderung weggenommen auf 0,5 bar und da bricht natürlich Eiswein wir sind aber schon bei 331 PS und 500 Newtonmeter bei 1,6 1,7 bar und jetzt haben wir hinten diese wo er jetzt die Leistung verliert das haben wir jetzt mit Laderung angeglicht und wollen mal schauen wir versuchen uns jetzt langsam ran zu tasten weil ich sage euch ein Auto abstimmen das ist sowas von schwierig ich kenne das ja noch von meinem Freiprogramm hier wahrscheinlich aber mit so einem Programm hier ne das ist das Leseprogramm ist es halt einfach super super schwierig ich bin mal gespannt wann das erste mal gleich der Björn kommt und sagt so jetzt ist Schluss mit lustig wie der Teufel so wild jetzt kriegen wir den Ladendruck nicht mehr gehalten ich zeige euch das mal hier hier wo unser Oberboost sag ich mal der geht langsam runter auf 1,5 bar und bei 5500 fällt der ab und wir kriegen den Ladendruck nicht gehalten deswegen fällt hier auch die Leistung leicht ab ansonsten Drehmomentverlauf das sind hier noch Kleinigkeiten dass wir diese Lambda Geschichte rauskriegen wir probieren jetzt nochmal was und das ist dann definitiv der letzte wenn das nicht klappt dann hören wir heute auf ich weiß nicht ob es dann ein neues Video davon gibt oder ob wir dann sagen mal schauen was wir da machen aber das werdet ihr alles mitbringen hab den André schon mal deprimiert gesehen bist du deprimierter André? ne finale Messung um 9 Uhr wir hören da auch direkt um 9 Uhr abends auf ich glaub der André möchte auch mal nach Hause wir sind jetzt schon mal so dass die Kurve zeigbar ist wir sind jetzt genau bei 500 Nm und 335 PS das ist weit weg von meinem 375 PS jetzt sieht man eine saubere Ladendruck Kurve also hier ist unser Ladendruck Verlauf der geht runter so auf 1,1,1,1,1,1,2 bar und hat da 335 PS wenn wir das jetzt angleichen dass wir den Ladendruck linear nach oben laufen lassen das müssen wir mit der Taktung regeln und dann sollten wir auch auf unsere 370,380 PS kommen aber wir waren ja schon mal bei das finde ich Lügen 360 hatten wir schon mal André? 357,360 also es geht wir müssen oben raus mit Leiste also mit Ladendruck noch ein bisschen annehmen aber heute nicht mehr weil noch ist keiner hier noch meckert keiner und somit beenden wir dieses Video jetzt und wir werden uns den Fokus mit Sicherheit nochmal vorknöpfen aber ich werde jetzt die Tage mal die Klappenanlage dass wir das zu machen dass wir mal auf der Straße fahren können und mal auf der Straße fahren wie er fährt so ich sag tschau André und Sascha sag mal auch tschau tschüss wir führen gar nichts ja wie das so oft so ist ein kleiner Nachtakt wir haben jetzt gerade mal eine Messung nochmal gemacht wir haben ihn mal abkühlen lassen und das ist jetzt auch bis jetzt das sauberste Ergebnis und so gehen wir jetzt wirklich nach Hause mit 342 PS und 550 Nm und eine saubere Kurve hier das sind so kleine Einbrüche wo man nicht drüber reden muss so und jetzt ist definitiv Gute Nacht und Tschau Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht